Adventskalender, 12. Dezember. Hans Fallada, der Gänsemord von Tütz. Geht man die Straße vom Dorf her, so kommt erst das Schloss mit dem großen alten Park. Da sitzt der Ritterschaftsdirektor von Pratz. Dann folgt der Gutshof mit seinen Stellenscheunen und dem Beamtenhaus, wo ich der Rendant hause. Die Straße geht weiter und was folgt, ist erst einmal wieder ein ganzes Stück Park, der also im Halbkreis die Hofstätte umschließt und dann die Villa des jungen Herrn, des Rittmeisters. Die Sache ist so, dass vor ein paar Jahren der alte Herr das Gut an Tochter und Schwiegersohn übergab. Wirtschaftet junge Leute, sagte er, ich habe genug Kartoffeln gebaut in meinem Leben. Für sich behielt er Schlosspark und Fausten.